ja hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten let's play von world of tanks mein name ist broken und ich spiele meinem t25 2 ich weiß dann muss ich auch endlich mal weiterspielen und weiterspielen aber irgendwie der hängt mir so bisserl schwer im magen der panzer hier der nachfolger der t30 soll ja ordentlich abgehen ach ne ne t28 prototyp so genau kommt die erste achter noch ich habe einfach kein so richtig bock auf den ich weiß wir haben jetzt muss siebener gefächter ist es nur gut so stellen wir uns dann die stadt ballern oder so ich ihnen ballern und ich gehe man die stadt ich bin sonst immer dort hinten ein bisschen doch um ballern die dd die dd schießt um ein bisschen darum so brischt du bist sehr gut bist du und gott kann ich jetzt nennen diese komische zahlen doch ne wir kommen streffer schön doch ein ticke weiter weg ein ticke weiter weg an die zwei artis 7 und 8 ich warte erstmal noch kurz ab hier die stadt wird wohl den gegnern gehören wirkungstreffer hin Steht der seitlich? Was geht denn hier ab? Oh, ist das richtig? Ja, bleibt eiskalt. Steht noch erst mal. So. Kann man da noch Tiger, die sind aber alle gut angemümpelt. Ich glaube aber jetzt nicht, dass wir hier nochmal so gut schießen können, wie jetzt vorhin. Das glaube ich allerdings nicht. Nein, die stehen jetzt safe. Shit. Ich fahre jetzt auch mal vor. Nur mal da, bis ich Druck mache hier, bis ich was wegmümpel. Sind schon alle ziemlich gut angeknackst. Das ist schon mal gut. Wir haben zu wenig Hilfe. Sehr schön. Wow. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sehr schön. Der ging nicht durch. Jetzt wird sie auch nicht von der Art hier erwischen lassen. Und wollte er irgendwo stehen. Mal da. Mal so Sache, wenn man jetzt so am Schluss vorgeht. Ich habe jetzt Entschuss kassiert. 416. Boah. Das ist ledig. Querschläger. Ja. Querschläger. Ja. Witzig. Bist du. Bist du. Wir haben sie böse erwischt. Boah. Leck. Ich kriege gleich das kotzen. T25. 2. Da ging voll durch ihre Panzer rum. Mein lieber Scholli. Der sammelt dort. Warte. Du musst ja kein Gesundes in den Kopf. Du musst kein Gesundes in den Kopf. Warte. Was haben wir dann hier? So. 2201 Schaden. Stehen auf fitter Position für die Dinger, wo ich schon hier dran geballert habe. So. Was haben wir dann hier? Oh. Eine Gegner-Art, die keinen Schaden gemacht hat. T29. Schon zu 100. Hat bei uns auch kein Schaden gemacht. KV1. Okay. Naja. Seltsam. Aber ist so. 17 Schuss, 16 Treffer, Schaden 2201, potenziell 390 gequetscht, so Schaden durch Aufklärung 862, das Heischer mit Premium rausbekommen 26.300 Credits und ohne Premium wären es 15.100. Jo, brauche auch nicht mehr lang für die Mannschaften auf 100%, ihr seht wie wenig ich denn eigentlich gespielt habe. Jo, 34.000 Erfahrung, knapp 35.000. Da fehlt noch einiges. Mal gucken, vielleicht spiele ich dann auch mal die Doppelste wenigstens weg in nächster Zeit. Dann könnte ich dann mal ein bisschen, dass ich mal Panzer aus der Garage bekomme, die ich nicht gerne spiele. Das ist eigentlich so mein Ziel für den Sommer, war das so eigentlich mein Ziel ein bisschen. Mal gucken, der gehört auf jeden Fall dazu, den ich aus der Garage will haben und den Nachfolger. Müssen wir mal gucken, wie schnell das geht mit dem. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Jungs und Mädels, da bin ich auch wieder. Diesmal mit dem Churchill 1. Lange nicht mehr Let's Blade. Dacht man, man müsste auch mal noch mal auspacken, das Ding. Jo, ich weiß aber nicht. Müssen wir am Schluss gucken, was mir da alles noch fehlt und was da drin ist. Ich glaube, ich habe die Top Gun drauf. Sehen wir alles gleich. So, Murrowanga Standard gefecht. Sieht schön aus. Standard gefecht. Wo fahren wir denn drin? Wir sind Top, na gut, eigentlich stoppt hier ja 6er, 5er. Ich glaube, ich fahre dahin, aber... Ja, würde ich auch sagen. Keine Artie, das ist schon mal sehr gut. Schön langsam mitfahren und ein bisschen Peng-Peng mache. Matchmaking ist immer so, also, ist ein bisschen seltsam. Manche Matches habe ich jetzt seit dem Patch, die sind... Kann ich mit erklären, was ich dort bei gedacht habe. Vor allem, du hast dann, wie das letzte Match, die heute Schmuck gehabt, äh... Die Gegner heute 3 8er, mir heute nur 1 8er. Das ist dann... Also, das finde ich dann ein bisschen seltsam. Und dann nach am Schluss mir heute noch 5er-Tanks. Und die heute gar keine 5er. Im selben Match. Und bleibt der jetzt stehen? Wenn man ischen jetzt in Geburtstag hat, kann man das mal na sein? Hä? Bin ich ganz krass? Jetzt bin ich ja... Ich hab mich doch getroffen, du. Schäder? Hab ich Skabi getroffen? Der ist schön. Der ist schon so viel weggeputzelt. Gefällt mir gar nicht. So, dann geht's. Ganz gut ab, gerade. Ich fahre mal nochmal besser zurück. Da kommt nämlich jetzt einiges. Ich kann mir da noch was abgreifen. Jetzt fährt alles zurück. Ja, da kommen sie auch schon. So, walt die mal raus. Jetzt müssen wir zuschlagen. Jetzt müssen wir doch mal wegprügeln. Erwischt. So. Erst Gabi, dann der Paul. Ha. Jetzt rötzen die uns noch weg, oder was? Wirkungstreffer. Ha. Der ging voll durch ihre Panzer. Erwischt. Sehr schön. Hier ist noch die Su-100. Und der T-25. Die müssen wir noch wegmachen. Aber der unserer geht auch vor. Dann decke ich doch lieber momentan den. Okay. Winkelspiegel zerstört. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Nein, ein Hitzaxx. Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. Ha. Der ging voll durch ihre Panzer. Nein, Wolverine. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wirkungstreffer. Das war's für uns. Scheiße. Oh, leck. Das doch gibt's doch nicht. Ja, der M4, der tut jedenfalls schreit. Der hat selber nix hingekriegt. So, Meisterschütze. Gucken wir mal, was wir da hier rausgetan haben. Oh, leck. Och, Gott. 1330 Schaden. 440 Erfahrungen. Na, wie ihr seht, ist das eigentlich relativ gut aus Schaden gewesen. Einige wieder mit Null. Okay. Naja. 14 Schuss, 12 Treffer. Potenziell halten. Schaden 1170. Bis durch Aufklärung zu vernachlässigen. So, man hat noch für das Event, habe ich noch 8000 dazu. Gibt also mit Premium 29.000. Ohne Premium, jetzt 17.500 Credits. Seht ihr, wie ihr seht, hier habe ich irgendwie die Mannschaft. Ich kann nicht schon nicht sagen, was da wie, warum, warum, weshalb da. Ich glaube, die haben nicht nur nochmal umgeskillt, aber kein Gold dafür. Ja, irgendwie war das mal. So, ich brauche für den Churchill 7 13.000 noch 14.000. Ich nehme die Freierfahrung nur für die Top Gun für irgendeinen Panzer. Nimm mir für die Panzer an sich. Ansonsten habe ich eigentlich soweit. Ah, Top Gun ist drauf. Okay. Ja, ist alles. Alles drin. Oh, ist dicke, funky, funky. Das habe ich schon, aber noch nicht ingebaut. Na, das ist ja super. Das hast du ja gut gemacht. Ja. Okay. War ein bisschen. Seltsames Let's Play, aber für Samstag Mittag. War schon, ich habe die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen seltsam runden. Denken wir mal, ich wollte immer so aufzeichnen, wie ich sage, augenblicklich läuft. Wenn es gut läuft, kommen halt mehr Let's Plays. Wenn es schlecht läuft, kommen halt so Let's Plays. Habt ihr euch, die meisten haben sich so gewünscht. Ich weiß noch nicht, mir gefällt das eigentlich nicht so gut. Mal gucken, ob ich das so weitermache. Da kommt halt mehr Let's Plays. Aber, ja, wie halt jetzt? Ich kann ja da davor jetzt nichts, dass die Runde so gelaufen ist. Und sowas wollte ich dann halt auch öfters mal zeigen. Aber, ich weiß nicht. Wisst ihr, so ist nicht so meins. Irgendwie. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 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 Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.